Okay, ich bin Team Orange. Okay, da bin ich schon in der Runde drin? Okay. Erstmal ein bisschen fahren üben. Ne, so ein bisschen kann ich das ja schon, hab ich ja schon eine kleine Proberunde gespielt. Ich kann das schon. Perfix. Okay, so funktioniert der Power. Team Orange bin ich also. Punkt. Okay. Wo ist der Ball? Ganz weit hin. Tor von der Storik, sehr schön. Ich bin im List Team, oder? Ja, ich bin im List Team, sehr schön. So muss das. Ja. Gibt's auch noch hier, habt ihr Ping-Warnung im Tor haben und Taube? Ja, ja, Package-Warnung. Und Let's-Wetz. Sehr sali! Moment habe ich das öfter bei Rocket League. Ja. Immer Package-Lost, keine Ahnung. Ja, meine erste Runde Rocket League, das ist jetzt hier. Ja. Verzeiht, wenn ich ein bisschen stummhaft spiele. Ja, bitte. Ist meine erste Runde. Ich muss mit einem alten Motorrad spielen, wenn der andere kaputt gegangen ist. Das ist wirklich so komisch an. Ich fahre an der Decke lang. Okay. Autsch. Du hast die Storle wechseln, das ist in der Tat weird. Mhm. Aber hast du es am Baugleichen gewechselt, oder zu tatsächlich komplett anderem? Na ja, an sich, es wird Xbox One zu Xbox Series X. Nice. Es fühlt sich ja trotzdem ein bisschen anders an. Aber es ist ja gefühlt das Gleiche. Kleinen Tor... Oh nein, nicht nice. Kleinen Torwart ein Tor geschossen. Und wir haben schon zwei hier. Wie kommt's denn dazu? Hast du schon was von Diamond Painting gehört? Ich habe mir gedacht, was meinst du mit Diamond Painting? Oh nein. Da ist er weg. Das sagt mir, der fehlt dir nix. Das klingt auf Walfall shiny. So'n Dreck. Den wollte ich vom Mikkel anders erwischen. Easy. Zwei zu zwei. Jetzt, jetzt. Das ist entscheidend. Mist. Nein, 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 nein. Tor verteidigen. Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Ich habe mein Power-Up wohl wahrscheinlich schon verbraucht. So wie es ausschaut. Oh, da bin ich. Ach so. Dann kann ich nochmal. Weg vom Tor, weg vom Tor, weg vom Tor. Damit... Der ist voll dabei. Für die gut. Oh nein, 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 nein. Oh, sorry. Verlängerung. Fast. Fast hätte ich mal den Ball getroffen. Oh, am Steiner. Ja, springen kann man auch noch. Daneben. Nein. What a safe. Der Liste, der Liste, der Liste. Ja, das war geplatt. Jung. Und dann weggefahren. Das gibt's. Angefickt. Der Tor muss dran, schön. Oh nein. Verteidige ich das Tor. Oha. Oh, der ist weg. What the fuck? Ich bin links drin. Oh, der ist weg. Keine Karambolage. Oh nein. Oh, der ist weg. Oh, der ist weg. 3 zu 2. Haben wir verloren, oder was? Und dann geht's noch weiter. Nächster oder was? Gewinnen alle die, okay. Das gegnerische Team gewinnt zwei Gegner, achso, die mit den wenigeren Leuten, na sehr, macht ja Sinn. Die mit wenigeren Leuten haben gewonnen. Ja, manchmal ist das so. Ich zähle doppelt. Ja, genau. Ich bleib natürlich im Team, Tiger. Jetzt kommt dieser Alex auch noch. Let's fucking go. Und, ja, da wechte der Boost nicht mehr. Okay, also das war der schlechteste Versuch ever gerade, aber der Alex, da weiß ich nicht. Nein. Also, hey Flores, grüß dich. Hopp, gut. Da sind wir heute auch wieder zu viel, das ist ja klasse. Wir kommen auch wieder ein bisschen durchwechseln. Nein. 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 Da fliege ich hin. Okay, und was mache ich hier? Das war keine Absicht, aber... Da war nur einer hinter dir, der hat den extra geblockt. Weiß nicht, wer es war. Dort ist der Ball. Nein. Ich bin Tor. Ich bin Tor. Au. Autsch. Bleib. Nein. 2 zu 0, Mann. Leute, Team Orange, wir müssen uns mal ein bisschen anstrengen. Wir müssen mal hier ein bisschen aufholen. Team Tigger muss aufholen. Team Tiger muss aufholen. Das hätt' ich jetzt gar nicht gedacht. So, Sene! Oh! Okay. Alle am Ball. Ja, fast. Oh no! Knapp! Knapp! Oh man, er hat ihn... Sehr schön! Nimm ich so schnell mal. Link ist aber kostenlos. Ja. Dreck! So, Sene hat ihn. Jetzt haben wir das Schlagspieler da. Ach, Mist. Alter, wenn du... Wer den wieder zurück spielst. Huh! Okay. Du bist so ein Pimmel! Ich hab's den Nappen, weil der nicht gespielt, aber... Sehr gut! So, warte. Mal den Kram durch. Den haben wir doch sowieso auch nochmal. 2 zu 2. Äh, wenn ich jetzt gleich anstoßen muss, ich fahr nicht hin. Okay, ich auch nicht. Ah! Nö! Das ist nur fair. Oh ja, Alex! Ja, genau. So, da bin ich wieder. Schön, dass ihr gewartet habt. Find ich gut? Haha. Immer doch. Oh nein, der geht in die Wand. Oh scheiße, ich hab's vorfeigelassen. Oh, Mann, Mann. Oh, der Link, du kannst aber auch nicht jeden Duselball reinhauen. Ach, Duselball. Ja. Weg vom Tor. Schade. Hallo. Das war auf die Gelände. Da, I'm fucking go. Link spielt heute wie ausgewechselt. Was ist denn los? Geht mir grad voll auf den Sack. Von dem Tor weg. Und das steht im Tor. Oh, der macht sich heute. Bemüht sich heute, ey. Ja, aber stets bemüht. Ja, dann bin ich so gut zu spielen. Gut zu spielen. Einfach stets bemüht. Flores, vielen Dank für elf Monate. Okay. Du bist eine geile Drecksau. Vielen, vielen Dank. Wupp. Abgedeckt. Nein. Okay. Jawoll. Autsch. Das wird nicht gemacht. Ja, ich muss meinen Boost holen. Ah. Ah. Komm schon. Nice. Jawoll. Wobei, Tauber hat den durchgelassen. Das hab ich noch gesehen. Was? Er will ja spannend machen. Ja. Ja, ich glaub auch. Äh. Oha. Alex. Easy. Easy. Easy hat er den. Mach den. Schön. Jetzt geht's los. Oh fuck. Na komm Link. Spiel den halt. Spiel den halt. Aha. Okay. Okay. Oh. Oh man ey. Schade. Nee. Aber noch sind wir am gewinnen. Schön. Hi. Was machst du da? Was machst du da? Oh shit. Oh nein. Fertschrichtung nicht in das Dom. Aha. Oh shit. Das reicht so. Nein. Oh oh. Und? Alex, nein! Nein. Nein 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 nein. Das ist klar. Wie? Wenn ich den Link noch... Nein! Uff! Nein! Nein! Du bist immer weiter weggefahren. Und 5! 4! Das ist knapp! Ach komm! Wahnsinn! Ein Paar! Jawoll, jawoll, jawoll! Sehr gut! Und noch nicht vom Ei! Oh Schreck! Oh, nice! Der Sieg ist da! Na man sieht sie nicht! Okay! Pot guiding! Sieھ hat ihn da was! Na dear! vertrent! Und go... werden sie eingreht? ENDE1! Jan! Bis zum nächsten Mal.